Jeder Prozess, jeder Ablauf hat einen wohl definierten Start und auch ein wohl definiertes Ende, beziehungsweise mehrere mögliche Enden, die es geben könnte. Sehen wir uns nun gemeinsam an, wie wir den Start und das Ende eines Prozesses definieren können. Für das Starten und Beenden von Aktivitäten bzw. Abläufen stellt die UML ganz bestimmte Knoten zur Verfügung. Für das Starten ist dies der Initialknoten. Ein Initialknoten markiert den Beginn eines Aktivitätsablaufes. Ein Initialknoten hat zumindest eine ausgehende Kante zu einer Aktion oder Aktivität. Diese ausgehende Kante wird dann mit einem Token versorgt. Dieser Token wird unmittelbar an die Aktion bzw. Aktivität übergeben, die dadurch gestartet wird. Ein Initialknoten kann aber auch mehrere ausgehende Kanten haben. In diesem Fall wird jede der ausgehenden Kanten mit einem Token versorgt. Zusätzlich ist es mir möglich, für diese ausgehenden Kanten von einem Initialknoten auch Überwachungsbedingungen zu spezifizieren. Ist dann beim Start einer Aktivität eine Überwachungsbedingung nicht erfüllt, so verbleibt der entsprechende Token im Initialknoten. Grundsätzlich können auch mehrere Initialknoten für eine Aktivität angegeben werden. Das bedeutet, alle Initialknoten und alle ihre ausgehenden Kanten werden mit einem Token versorgt. Zum Beenden einer Aktivität gibt es den Aktivitätsendknoten. Der Aktivitätsendknoten beendet die komplette Aktivität bzw. den Lebenszyklus eines entsprechenden Objekts. Das heißt, sobald der erste Token einen Aktivitätsendknoten erreicht, ist die Aktivität beendet. Es kommt zu keiner weiteren Ausführung von Aktionen. Das ist gleichbedeutend mit der Tatsache, dass wenn der erste Kontrollflustoken einen Aktivitätsendknoten erreicht, alle anderen Kontrollflustoken aus dem Aktivitätsdiagramm genommen werden. Nur die Datentoken verharren an den Ausgabe-Pins der Aktivitäten. Pro Aktivität kann es mehrere Aktivitätsendknoten geben. Jedoch gilt, egal welchen dieser Aktivitätsendknoten der erste Kontrollflustoken erreicht, die Aktivität ist danach beendet. Dann gibt es auch noch das Konzept der Ablaufendknoten. Bei einem Ablaufendknoten wird die Aktivität jedoch nicht beendet, wenn noch weitere Token im Diagramm vorhanden sind. Das heißt, ein Ablaufendknoten entfernt nur diesen einen Token, der den Ablaufendknoten erreicht, aus dem Aktivitätsdiagramm. Alle anderen Token fließen weiter, die Aktionen werden weiter ausgeführt innerhalb der Aktivität. Sehen wir uns die Funktionsweise der zuvor vorgestellten Knoten an einem Beispiel genauer an. Bei diesem Beispiel handelt es sich um die verkürzte Darstellung der Absolvierung einer Lehrveranstaltung. An diesem Beispiel werden wir sehr schön den Unterschied zwischen Aktivitätsendknoten und Ablaufendknoten sehen. Wir starten beim Initialknoten. Der Initialknoten hat hier eine ausgehende Kante. Diese wird mit einem Token versorgt. Der Token wird unmittelbar an die erste Aktion, nämlich Anmelden zur Lehrveranstaltung, weitergegeben, wodurch diese Anmeldung startet. Wenn die Anmeldung abgeschlossen ist, wird der Token an diesen Balken weitergegeben. Bei diesem Balken handelt es sich um einen sogenannten Parallelisierungsknoten. Diesen werden wir später noch genauer kennenlernen. Was macht er genau? Er vervielfacht jeden eingehenden Token entsprechend der Anzahl an ausgehenden Kanten. Hier haben wir zwei ausgehende Kanten. Daher wird der eine eingehende Token dupliziert und die beiden entstehenden Token werden einmal an den Moodle Test machen weitergegeben und das andere Mal an Videos ansehen weitergegeben. Das heißt, wir haben jetzt zwei parallele Pfade in unserem Aktivitätsdiagramm. Jetzt hängt es natürlich davon ab, welche der beiden Pfade schneller ist in der Abwicklung. Nehmen wir mal an, dass Moodle Test durchführen schneller ist und abgeschlossen wird. Dann kommen wir zu einem sogenannten Entscheidungsknoten, wo nur einer der ausgehenden Kanten verfolgt werden kann. Und die Entscheidung, die wir hier treffen müssen, ist, uns zu fragen, ob das Ergebnis des Moodle Tests positiv war. War dieser Test nicht positiv, so gelangen wir zu einem Aktivitätsendknoten. Das bedeutet, die Lehrveranstaltung ist abgeschlossen, die Aktivität ist abgeschlossen. Wir haben ein negatives Ergebnis und es werden alle Kontrolltokens aus dem Diagramm entfernt. Die Aktivität ist beendet. War jedoch der Moodle Test positiv, so geht der Token in einen Ablaufendknoten, wird entfernt. Es befindet sich aber immer noch ein Token im unteren Pfad. Das heißt, im unteren Pfad, wenn das Ansehen der Videos abgeschlossen ist, kommt es zum Schreiben der Prüfung und wenn auch dies abgeschlossen ist, wird der Token an einen Ablaufendknoten übergeben. Bei einem Ablaufendknoten wird die Aktivität einmal nicht notwendigerweise beendet. In diesem Falle war es jedoch der letzte Token, der sich im System befunden hat und damit wird die Aktivität implizit beendet. Es hätte natürlich auch sein können, dass der untere Pfad schneller ist. Dann wäre der Token vom unteren Pfad in den Ablaufendknoten gemündet und der obere Pfad wäre weiter absolviert worden. Und wenn da der Moodle Test abgeschlossen ist, ist es letztendlich egal, ob ich positiv oder negativ bin, weil beim Aktivitätsendknoten wird die Aktivität beendet und wenn ich positiv war, ist es der letzte Token, der in den Ablaufendknoten mündet, dann wird die Aktivität ebenfalls beendet. Somit wissen wir, wie man Aktivitäten startet und beendet. Als nächstes wollen wir uns das Token-Konzept näher ansehen und welche Auswirkungen dies für alternative Abläufe hat. Stamm-Konzept näher ansehen, bis zum nächsten Mal. Stamm-Konzept näher ansehen. Stamm-Konzept näher ansehen. Stamm-Gonzept näher ansehen. Vielen Dank.